Quarantäne. Achtung, es geht um das Essen. Wir haben jetzt vier Tage. Es ist Dienstagabend. Wir haben vier Tage lang nur kaltes Essen bekommen, warmes Essen normalerweise, aber hier kalt, mit einem Plastiklöffel. Jetzt habe ich heute am vierten Tag, habe ich mal böse geschaut, habe das Abendessen nicht angenommen, mit der Begründung ist kalt und mit Plastiklöffel schon mal gar nicht. Bitte mehr Respekt. Ich habe richtig böse geschaut, habe gerade im Hintergrund ein bisschen gegrinst, aber haben die nicht gemerkt. Die haben das ernst genommen. Das kann ja böse sein. Also, ich war böse, offiziell. Jetzt schaut mal, halbe Stunde später, ich habe das zurückgehen lassen, halbe Stunde später servieren die Tasse hier. Eine heiße Suppe. Extra glasig vor dir drüber, dass er heiß bleibt, bis zu von der Küche hierher. Besteck. Hört mal. Ja, kein Plastik. Also, sie kennen das hier. Jetzt geht es weiter. Dann, Hähnchen mit Salat und Pommes. Heiß. Heiß. Kalt, cool. Passt. Zwei Mal. Und dann noch jeder einmal Salatsoße für da. Und als Nachtisch noch ein Fruchtteller. Schön mit Liebe geschnitten und Arrangiert. Zwei Mal. Was die vor einer Dreiviertelstunde geliefert haben, war halb so groß und kalt. Und so ein Ding gemischte Schwammsalat dazu. Ich sag Schwammsalat, weil das sieht alles aus wie unser wie unser Schwamm da, unser Grüner von gestern. Also. Man weiß ja, Respekt ist in Asien sehr wichtig. Man soll den Menschen respektvoll gegenüberwirken, dass die ihr Gesicht nicht verlieren. Ist alles klar. Das mache ich seit ich in Asien lebe. Und zwar erfolgreich. Los. Jetzt habe ich gemerkt, wenn man berechtigt, am vierten Tag einmal ganz, ganz klein bisschen an der Schraube dreht, dann ist das ganz klein bisschen die Stimme erhöht. So, das geht so nicht. Ich möchte das nicht. Ich möchte warmes Essen. Ich möchte Respekt. Ich bin ein Mensch. Mehr habe ich nicht gemacht. Das ist das Ergebnis. Aber er lacht sich bald kaputt hier. Wir essen jetzt das erste warme Essen seit vier Tagen. Es ist doch schön in Asien. So, eigentlich wollten wir jetzt in Ruhe essen. Und ich filme normalerweise auch kein Essen. Beim Essen schon mal gar nicht. Aber ich habe eben mal getestet. Ihr müsst kurz dabei sein. Und das ist unappetit. Mein Schatz. Das ist eine Suppe. Die hat einen Teller. Achtung. Kokos Creme Suppe. Geil. Die können es. Die können es. Der schmeckt irre geil. Die können sogar kochen und dann auch noch warm. Da ist noch angeröstete kleine Schnitzelstücken drin. Und ein paar Pilze. Wahnsinn. Geil. Das Essen ist so gut. Ich muss da jetzt was machen. Mir ist eben was eingefallen. Ich weiß nicht wer von euch. Mark Wiens. Schreibt sich wie Wien. Wie die Hauptstadt Wien. Bloß ein Essen drin. Mark Wiens von euch kennt. Ist ein YouTube Star. Ein Foodblogger. Also der reist nur um die Welt und probiert Essen. Sein Motto ist. Er schmeckt nur wenn es scharf ist. Den habe ich vor ein paar Wochen am Syrienstrang kennengelernt. Bin ich auf den Zucker gelaufen und habe gesagt. Äh. Auf Spaß. Ich kann den da nicht. Ne. Hab ich gesagt. Du bist doch bestimmt eine YouTube Star. Hat er gesagt. Ja stimmt. Ich habe leider erst später gegoogelt. Und dann auch mal geschaut was der macht. Der hat über 8 Millionen Abos. 8 Millionen. Das Ding zum Beispiel. Oder sonstiges. Die haben so knapp 600.000. Der hat 8 Millionen Abos. Müsst ihr mal reinschauen. Mark Wiens. Warum ich den jetzt erwähne. Der macht immer so. Deswegen fand ich den so cool bei seinen Videos. Der macht immer wenn er irgendwas isst. Und wenn er auch nur in eine Scheibe Brot beißt. Der macht immer einen Gesichtsausdruck dazu. Wie beim Magasmus. Das probiere ich jetzt mal. Achtung. Ich probiere mal nachzumachen wie der das macht. Ich hoffe es wird ein bisschen lustig. Achtung. Parodie. Heinz Winter auf Mark Wiens. Wow. Excellent. Excellent. The best soup of the world. Ich habe vorher noch nie eine so gute Suppe gegessen. Die Konsistenz. Die Schärfe. Die Harmonie im Essen. Die. Wow. Die Harmonie der Zutaten. Wow. 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 Ich bin verzaubert. Wow. Und so macht er wirklich immer. Dass ihr wirklich versteht was ich hier rumspinne. Schaut euch mal rein. Gebt meinen Mark Wiens. M-A-R-C. Nachname Wiens. Wie Wien. Mit dem Essen dran. Und schaut mal auf seinen Gesichtsausdruck. Egal ob er in eine Scheibe trocken Brot beißt. Oder in Alaska in Eiswürfel. Oder in was weiß ich wo. Da reist er ganz weltweit rum. Schaut ihn euch mal an. Es guckt wie Orgasmus. Bei jedem Bissen. Ich fand es lustig. Das musste ich eben noch mal kurz loswerden. Jetzt muss ich weiter essen das. Wow. So. Also die Suppe war wirklich. Note 1 bis 6. Schulnotenhaft. 1,3. Optimal. Jetzt sind wir mal am Hähnchen. Barbara ist schon dabei. Und? Lecker. Lecker. Warm. Alle mit dem zu essen. Hat sich jemand viel mehr geblieben. Ihr habt es gehört. Lecker. Das erste Mal hier. Top. Wir genießen. Das Leben ist so schön. Ne. Also das Fleisch auch sehr sehr lecker. Pommes heiß. Salat gut. Alles. Total ungewohnt. Ich werde auch versuchen. Weil ich möchte euch ja mit Quarantäne themen und so nicht langweilen. Lieber mache ich gar nichts. Und warte drei Tage bis ich auf Bali bin. Aber mit diesem schönen exzellenten Dinner möchte ich auch mal das Thema Ernährung und Essen der Quarantäne hier abschließen. Außer wenn die nächsten ein, zwei Tage noch irgendein Hammer kommt. Dann fasse ich das Thema nochmal auf. Aber ansonsten das Thema Essen einmal hinter uns. Vier Tage. Einmal böse gucken. Dann klappt's. Resümee. Am Schluss schmeckt's immer. Happy mein Schatz. Heute werden wir sogar mal satt, ne. Ja, du musst mich nicht ins Schlaf weinen. Ja. Nicht so Hunger ins Schlaf weinen. Ja. Hau rein mein Schatz. Hau rein. So doch nicht. Das sehen die Leute. Das haben die Leute gesehen jetzt, ne. Das hat mein Großvater schon gesagt. Hau rein. Aber nicht mit der Faust. Ja, das sieht man wieder. Wenn sie gut zu essen haben die Frauen und geliebt werden, dann geht's nicht gut. Dann werden sie frech und übermütig. Aber mein Schatz darf das. Ja, wie ihr seht, Mittwoch 8.39 Uhr. Ich sage nur, Wunder gibt es immer wieder. Heute oder morgen können sie geschehen. Schaut mal. Warmes Frühstück. Mit Besteck. Vom Manager persönlich gebracht. Mit einem schönen Tageswunsch. Einmal ein bisschen laut. Hätte ich das gewusst. Hätten wir das am nächsten Tag schon gemacht, ne. Jetzt müssen wir erstmal frühstücken. Es ist ja warm, ne. Das genießen wir. Ah ja. Das war lecker. Warme Reis noch dabei. Ich genieße jetzt immer meinen Eiskaffee. Weil in 10 Minuten soll eigentlich der Zimmerservice kommen. Da bin ich 100% optimistisch. Jetzt möchte ich aber nochmal, ist für mich jetzt ganz wichtig, die Lage und die Situation beschreiben, wie es war. Man wurde hier wirklich drei Tage, ihr habt es ja mitbekommen, im Essen und dauernden Löffel, so ein bisschen lapidar behandelt, als wäre man nicht willkommen. Das Gefühl hatte man wirklich. Und ich spreche jetzt speziell die Situation an, wie geht man normalerweise mit einem Asiaten um, als Europäer. Weil es sind einfach verschiedene Mentalitäten und verschiedene Kulturen. Und man sagt ja immer einem Asiaten, bitte die anschreiben oder so, ihm immer die Möglichkeit geben, sein Gesicht zu wahren. Dieser Meinung bin ich auch weiterhin und ich bitte euch, dies auch zu tun. In meiner Situation war es jetzt so, also Barbara hat jetzt im Nachhinein zu mir gesagt, sie hat jetzt mich in den letzten 10 Jahren bloß zweimal laut gehört. Also schien es wichtig gewesen zu sein. Ich habe aber auch dadurch, wo ich dann gestern mal laut wurde, sehr drauf geachtet. Ich habe niemanden beleidigt. Ich habe niemanden direkt angeschaut. In dem Moment, als ich laut wurde, als es einfach aus mir rauskam, weil auch wir Europäer haben Emotionen, es muss manchmal raus, ihr versteht das, habe ich mich umgedreht und habe mir den Indonesier in dem Moment nicht angeschaut. Ich habe ihm auch nicht ins Gesicht oder in die Augen geschaut. Das war für mich dann doch noch wichtig. Normalerweise, wenn man in eine Situation kommt, wo man nicht so mit den Kulturen warm ist und wo es uns so nicht passt, da kann man ja als Europäer aus der Situation rausgehen. Ist ja alles kein Thema, also beliebig das auch zu tun. Erstmal drei, vier Chancen geben, wie jedem anderen Menschen auch. Und falls das nicht geht, dann respektvoll weiter behandeln und aus der Situation kann man dann rausgehen. Konnten wir hier im Hotel Quarantäne natürlich nicht. Deswegen bin ich halt mal kurz, klein bisschen hier im Zimmer explodiert. Und das hat so Eindruck gemacht, in diesem Sinne positiv. Und ich freue mich auch von Herzen, dass es so aufgenommen wurde, weil wie gesagt, Respekt ist ganz wichtig. Sie bieten Respekt, sie wünschen Respekt und Respekt hat auch jeder Mensch verdient, finde ich. Und ich bin, wie gesagt, in dieser Situation, ich habe mich umgedreht, habe den Asiaten nicht angeschrien direkt, habe ihn nicht angeschaut dabei und hatte trotzdem die Möglichkeit, meine Luft mal rauszulassen. Und das war, glaube ich, der perfekte Weg in dieser speziellen Lage, in dieser speziellen Situation. Und ich glaube, das haben wir alle ganz gut hinbekommen. Wir, das Personal und die ganzen Taten drumherum. Das wollte ich unbedingt nochmal loswerden, weil das ist wichtig. Immer respektvoll Menschen behandeln, dein Gegenüber. Egal ob andere Kultur, egal ob gleiche Kultur, bleibt bitte immer respektvoll. Ihr möchtet Respekt erhalten, gebt ihn bitte auch weiter. Ist nicht so schwer. Gut, manche müssen es vielleicht ein bisschen üben, aber das ist schon mal am Anfang, wenn man es übt. So, ich glaube, das langt man als Film für heute. Das war mir wichtig, das wollte ich noch mit auf den Weg geben, dass da keine falschen Eindrücke oder Meinungen entstehen. Und so wie es jetzt aussieht, werden wir hier jetzt verwöhnt wie in einem 4,5-Sterne-Hotel. Und das war vielleicht der letzte Film in der Quarantäne, weil wir freuen uns ja langsam auch riesig auf Bali. Und wie gesagt, wir können Freitag auf Samstag Nacht ab 0 Uhr, können wir ausschicken, machen wir aber natürlich nicht. Wo soll ich mindestens Nacht hin? Wir haben aber schon einen Flug gebucht. Am Samstag Mittag 14 Uhr geht es in der Bali und aller aller spätestens da sehen wir uns dann wieder. Wenn mir es ein bisschen langweilig wird, vorher noch machen wir es. Bis dahin, passt auf euch auf, bleibt gesund. Geht respektvoll miteinander um. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Wisst ihr, sagt dem Nachbar oben unten drunter auch mal Bescheid. Der neue Nachbar da oben, der weiß das noch gar nicht. Über ein Abo würden wir uns riesig freuen, Barbara und ich. Bis dahin, bleibt gesund.